ja okay okay münze münze gut dann nehme ich das so platzier mal so das grundprinzip ist im endeffekt einfach du musst dir selbst den weg selbst den weg machen ich kenne das spiel doch was war denn das jetzt ja da gibt es ja sogar doch punkte gibt es doch punkte war es noch nicht zu leicht ja gut ja ketten säge kann man das drehen ja hier wollen wir es mal ein bisschen spannender jetzt muss ich nur noch überleben das schaffe ich jetzt die kettensäge ist blöd kein gewinner keine punkte ja das macht ihr schon spaß machen wir alles kaputt macht alles ja genau machen wir es lustiger das scheiß kleber den hätte man sprengen müssen den kleber den honig weil das spiel gerade zum ersten mal spiel ist ich kann allgemein keine jump in drums ich versag sogar im ersten mal ist ein Mario du springst höher wenn du die leertaste hältst nur so als Info ja verdammt muss man wissen na komm verdammt dieser kleber ich hätte den kleber nicht planten dreck so dreck hier meine Flügel kleben fest wir sind schon unfähig zehn stunden später langweilst du dich schon dort oben oder und ja das erste mal im ziel verdammt oh es gibt sogar Punkte nice der prof ist immer noch das beste der beste nein keine schwarzen Löcher keine schwarzen Löcher so hier so hier nice du bist noch ein Ziel getötet nein da kommt doch niemand ins Ziel jetzt kommt kein ach dieser scheiß kleber das war nicht das machst du doch ey kann jemand mal diesen scheiß kleber entfernen nein sehr gut ja wir sind nicht durch die schwarzen Löcher wir sind nicht durch die schwarzen Löcher gestorben mein eigen ist auch noch wir sind nicht durch die schwarzen Löcher gestorben äh was heuballen in der mene muh und raus bist du ja sich so jetzt kriegt keiner mehr Punkte ja tschüss tschüss verdammt ja gut ja gut ich hau euch dann mal zu nope 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 nö nix da so viel dazu kein Gemacht keine Punkte so Atombombe jetzt mal hier ordentlich Kanone so hier ähm schwarztloch lass uns mal stehen ich möchte durch die Kanone ich möchte kurz mit der Kanone drüber schießen nicht wie das endet aber es könnte lustig sein so endet's genau so scheiße tja du mit deiner Kanone so viel dazu du lebst noch Zwergi ja es zoomt ich lebe noch ich lebe mir war gar nicht bewusst dass ich noch lebe jetzt nicht mehr die Kettensäge die Kreissäge ist ja eine Kreissäge ist eine Kettensäge das ist die Kreissäge Kettensäge hat eine Kette nur so als Info ja so eine Kreissäge ist rund oh da drüben bin ich oh wirklich ach nein die Kanone war so super super na super gute Arbeit ich weiß erhungenschaft freigeschwert nicht zu heiß natürlich super Erhungenschaft nichts zu heiß drei Profis sind hier im Werk und die Blume die ist super warum krieg ich die ich noch nicht will Blume kann ich im Moment die Blume die ist lustig kann ich irgendwas hier rankleben du kannst ich weiß nicht das hier das hier das hier natürlich bin ich tot du bist nicht tot aber Zwergi ist tot ja äh mein Spiel ist gar nicht okay das ist super ich sag's ja ich sag's ja ich sag's ja ich sag's ja sag ich doch die Blume ist super die Blume ist best die Blume ist best die Blume ist die beste ähm hier oh jetzt hab ich die Blume zerstört so'n Scheiß die Blume warum Swanker wie hast du das geschafft wenn man in den Lüftler von unten reinspringt ist man tot an dem Ventilator bin ich gestorben scheiße oh Prof los Modi du musst das schaffen ich schaff das damit Prof keine Punkte kriegt ich krieg schon Punkte er kriegt Punkte sogar mehr als ich nice der hat nicht gewonnen der Prof noch drei Runden okay was zum Hänker das ist ein Flammenwerfer den kenn ich das ist Honig ne warte hier hier machen wir es mal lustig du hast mein Honig du hast mein Honig verhindert na komm verdammt scheiß Kleber scheiß Kleber natürlich wow jetzt bin ich was mit dem Feuer oh einfach drüberhüpfen wow das nennt man wohl gewonnen du bist das ultimative Waschbär der Waschbär mein Traum ist endlich wahr so na dann noch ne Runde ich vergesse die ganze Zeit dass man nicht mit dem jetzt Rooftops jetzt Rooftops und dann hoffen wir dann hoffentlich ne neue Map Timo dann ne neue Map und wir alle gespielt haben Maps sind so diese Kiste müssen wir fangen äh breit ich mach's langweilig so springt ihr schon mal vor scheiße ich komm hinterher du bist nicht mal gesprungen ich komm hinterher er ist einfach runter gegangen ich komm gleich hinterher und ich wir wollen aber zuerst mal in die Kiste da oben oder selbstverständlich wir brauchen hier noch irgendwas jahoo und ich okay und Arunscher freigeschaltet alte Villa junger ins Decker nice Level Entdeckt nice die alte Villa ist so abfuck und keine Punkte die werden wir ja gleich mal spielen sehr schön nice kann ich die mal drehen ja sehr gut bist du hier du weißt dass der Boxhandschuh nur funktioniert wenn jemand drauf springt oder tja verdammt los Modi kein großes Problem er hat's geschafft wie gesagt der Boxhandschuh funktioniert nur wenn jemand aktiv drauf drückt also tja in der Abstand der Entdeckt was ist das nächstes Teil am mit wir haben super werden bei den Kürbappen ausgelöst super sehr gut es gab nur eine von den Maschinen wir haben exakt gleich draufgeklickt wir haben zwei bekommen tja nur so besser das war erst verdammt ab Papierflieger sehr gut darauf kann man theoretisch fliegen auf den Papierflieger die sind super ja der Prof gewinnt das wieder sehr gefühlt als Underdog ja immer doch meins ähm warum nicht gut ich packe das mal hier jedenfalls jemand an Honig hat können wir die Maschine dran kleben sehr gut na denn geh du mal vor Molly oh das war knapp ich schau euch mal zu wie ihr sterbt tun sie das scheiße so jetzt bin ich an der Reihe Flammenweffer gestorben nice so wie komme ich jetzt hier hoch verdammt ja ja schön dir zuzupöp wie du stirbst keine Punkte schön keine Punkte für keinen ähm Eis machen wir wollen ne ganz jod hier mal ein bisschen Eis drauf ja warum nicht verdammt verdammt das hätte ich schaffen können die Treppe ist sehr gut platziert ja und jetzt auf dem Papierflieger nein nein tschüss ich hab die Hauswand gesprungen Profis sind am Werk kommt los kein Uwe gewinnen keine Brute na sehr gut Bombe Bombe verdammt scheitig verdammt ich baue hier was auf leider nicht den Watt geschrottet kann man noch ein ach verdammt kann man theoretisch auf den Watt drauf weil die scheiß gleiche die Falle auslöst tja los Prof na komm das schaffst du kannst du da rüberfliegen einfach ja gut die Hölbellen die sind ja perfekt ich bin immer noch der Underdog genadenpunkte dann halt so wir haben die Doppel da am Brust oder? ja ja dieser schaffen wir das so gut nice ok einmal Bier bringt auch nichts mehr wenn du dann ziel bist oh mein Gott so ein Dreck so ein Dreck na komm ein wenig Punkte brauchen wir damit es irgendwann mal vorbeigeht und dann muss das hier zu Ende sein ja na komm wow das war tatsächlich gut ich hatte keine Ahnung was für dich ach du Scheiße ach du Schande ich glaube ich bin hier der eindeutige Gewinner was zur Hölle ich bin der eindeutige Gewinner in dieser Runde würde ich sagen ja komm schon block den Pfeil na gut sehr gut das ist ja toll verdammt ducken muss man sich können na 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 er verkackt's er verkackt's er verkackt's er verkackt's er verkackt's er verkackt's hak ha 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 das war's wert Keine Funktion. Noch drei Runden. Gut. Mach kaputt. Ähm, hier den hier. Ich will das Ziel zerstören, was? Geht leider nicht. Mach da die Kanone rein. Oh. Schade. Schade, wenn was kaputt geht. Okay, ich will nicht aufgehen. Und? Verdammt, warum? Scheiße! Sehr gut. Nicht. Ich habe auch gedacht, ich bin überlebt. Ich habe kurz gelesen, weil ich abgerutschte. Juti, noch zwei Runden. Also das ist echt gut, plus wir halt nicht. Ja, das steht jetzt einfach gut. Total. Ähm, ja. Anfänger am Werk. Nein! Wieso nicht? Wieso nein? Weil ich gerade einfach runtergelaufen bin. Die Kanone bringt nix. Ja. Ja gut, eine Runde noch. Eine Runde noch. Dann haben wir gewonnen. Nämlich Mordi. Mordi gewinnt dann. Also ins Ziel kommen. Mordi gewinnt dann. Wenn wir jetzt hier nichts... Äh, ich kenne mir die Bombe. Mach's kaputt. Ähm. Ich mach einfach das hier komplett kaputt. Wenn keiner ins Ziel kommt, habe ich gewonnen. Na dann strengen wir uns mal an. Ab ins Ziel mit uns. Scheiße! Verdammt! Los! Hallo! Jetzt kommen wir ins Ziel. Sonst gewinnt er. Nö. Ich hab gewonnen! Yeah! Ultimatives Schaf. Du bist das ultimative Schaf. So, jetzt muss ich nochmal gewinnen. Nein! Wir haben noch Zeit. Hahaha! Das ist trockene. Nein! �atrun k S S S S S S S S